Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie man ganz schwer erkennen kann, geht es um Farmer und das Sammeln. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es diese Kommandanten hier alle, zehn an der Zahl. Dann haben wir Kleopatra, Senduk, Ishida in der ersten Reihe als Legendäre. Dann haben wir Joanna, Mathilda, Tamar als epische Kommandanten und die Konstanze, Saka, Gaius, Maius und dann als letztes ganz unten den Centurio. Ich denke, als erstes denkt man sich bei Sammelkommandanten ja, die tun ja nur sammeln. Worauf muss ich da achten oder was ist da wichtig? Ja, habe ich auch lange Zeit so gedacht. Allerdings muss man sagen, dass es ein paar Eigenschaften gibt, die ich lange Zeit nicht wusste, worauf man achten kann oder sollte. Und deswegen zeige ich euch jetzt auch mal ein bisschen mehr über die Kommandanten selber. Denn so gut wie jeder Kommandant, der auf Sammeln aus ist, hat mindestens eine Fähigkeit, die für Sammeln da ist. Maximal zwei Fähigkeiten bzw. drei. Schauen wir hier mal bei Kleopatra. Hier ist es die zweite Fähigkeit, die speziell jetzt für Sammeln ist. Und zwar haben wir hier einmal eine Sammelgeschwindigkeit von 20% plus noch mal 10% für Steinsammelgeschwindigkeit. Außerdem haben wir bei Kleopatra, wenn wir die Expertise freigeschalten haben, kriegen wir hier zusätzliche Ressourcen-Packs, wo noch mal extra Ressourcen drin sind. Das ist auch bei Kleopatra, dass die einzige Kommandantin, wo man wirklich diese Packs bekommt. Die, wie ich finde, aber jetzt auch nicht so super geil sind. Aber man kann es auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt es drei Kommandanten, die spezifisch dazu da sind, mehr Ressourcen zu geben. Also wirklich einen Bonus zu geben von den Ressourcen, die ihr sammelt. Und da haben wir einmal die Mathilde von Flandern. Und zwar hier bei der Expertise. Dieser Kommandant erhält zusätzlich 10% Ressourcen, wenn er mit dem Sammeln fertig ist. Das bedeutet, von dem, was ihr gesammelt habt, kriegt ihr 10% mehr. So, abgesehen von Mathilda noch hier ist sie in Duck. Bei ihr sind es ebenfalls 10% bei der Expertise, wenn sie fertig ist. Und als letztes haben wir noch die Konstanze. Wenn wir ihre vierte Fähigkeit auf 5 haben, bekommen wir hier ebenfalls 10% zusätzliche Ressourcen. Und es gibt tatsächlich nur diese drei Kommandanten, die extra Bonus geben. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel Diamanten sammeln geht, dann bekommt ihr bei den Kommandanten, wenn ihr beide zusammen packt, 20% mehr Ressourcen. Also 20% mehr Diamanten zum Beispiel. Und das kann auch ziemlich viel ausmachen tatsächlich. Einige Kommandanten haben auch eine erhöhte Traglast, so dass sie halt mehr tragen können. Das halte ich jetzt nicht wirklich für sinnvoll oder bzw. für interessant. Es sei denn, ihr geht eine Stadt plündern oder sowas. Dann ist das natürlich wieder eine gute Sache. Denn je mehr könnt ihr natürlich dann auch mitnehmen. Für das Sammeln selber ist es aber jetzt nicht so wichtig. Ich habe mir mal eine Grafik fertig gemacht. Hab da lange dran gesessen. Leider ist das alles ein bisschen verrutscht. Ich habe es leider auch nicht besser hinbekommen. Aber ich denke, das Wesentliche kann man hier erkennen. Und zwar haben wir einmal hier die Sammelgeschwindigkeit. Für Gold, für Nahrung, für Holz, für Stein und für das gesamte Sammel, für diese gesamte Sammelgeschwindigkeit. So, die Kommandanten sind dann mehr darauf ausgelegt, dass die halt was schnell sammeln können. Das heißt, ihr seid schneller fertig und könnt diese dann auch häufiger natürlich rausschicken. Bei Kleopatra haben wir hier eine Steinsammelgeschwindigkeit von 10% und eine Sammelgeschwindigkeit grundsätzlich von 20%. Bei Senduk und das ist die einzige Kommandantin, die Geschwindigkeit auf Gold gibt. Nämlich hier 10% und 20% insgesamt Sammelgeschwindigkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel Kleopatra mit Senduk zusammenpackt, dann kann man sich mal ausrechnen, das sind dann 50% schnelleres Sammeln von Gold. Wenn ihr jetzt Ishida mit Senduk Gold sammeln schickt, sind es nur 10%, weil die gesamte Sammelgeschwindigkeit ist halt bei Senduk, aber nicht bei Ishida. Bei Ishida haben wir hier Nahrung 30%, Holz und Stein jeweils 20% Sammelgeschwindigkeit. Bei Mathilde, hier habe ich Mathilde da geschrieben, naja, egal, haben wir 20% Nahrung, Holz und Stein 25% Sammelgeschwindigkeit. Bei Tamar haben wir 25% mehr, also schneller Holz sammeln. Nahrung und Stein dafür auf 20% und bei Joanna haben wir als einzige 25% Gesamtsammelgeschwindigkeit. Sie hat aber dafür nichts anderes, also hat kein Push woanders. Gleiches gilt hier auch bei Sarka, die aber nur 18% hat, an gesamte Sammelgeschwindigkeit. Dafür auch nichts anderes. Und ganz unten ist der Centurio, hat ebenfalls 10% gesamte Sammelgeschwindigkeit. Dafür aber auch nicht gezielt auf Nahrung, Holz oder Stein oder Gold. Bei Konstanze haben wir hier 15% Nahrung, 20% Holz und 15% Stein. Und bei Gaius haben wir 20% Nahrung, 15% Holz und 15% Stein. Man kann sich das jetzt anhand dieser Tabelle zum Beispiel ganz gut zusammenlegen, was man gezielt sammeln möchte. So käme man zum Beispiel, wenn man jetzt sammeln geht, würde ich jetzt zum Beispiel empfehlen, Sanduk mit Johanna zusammen zu packen. Somit hat man eine 55% Sammelgeschwindigkeit. Das ist das Beste, was ihr haben könnt, falls ihr Sanduk nicht gerade am Diamanten sammeln habt. Für das Diamanten sammeln würde ich halt immer dann Konstanze Matilda nehmen, Matilde. Die geben, wenn ihr jetzt ein 30er Gems Depot nimmt, im KVK zum Beispiel, kriegt ihr sieben Kristalle oder Edelsteine zusätzlich. Oder Diamanten auch genannt. Und das andere kann man sich anhand dieser Tabelle natürlich hier auch überlegen. Wenn ihr jetzt gezielt viel Holz braucht, dann empfiehlt es sich natürlich auch, Ishida mit Tama zusammen zu packen. Oder wenn ihr Stein unbedingt braucht, dann Matilde mit Ishida. Wenn ihr Nahrung braucht, Ishida mit Tama oder mit Gaius. Naja, das könnt ihr euch überlegen oder machen, wie ihr das gerne hättet. Kleopatra kann man eigentlich für alles nehmen zum Sammeln. Für Stein ist natürlich dann nochmal ein bisschen besser. Kommen wir einmal zum Talentbaum für Sammler. Hier sollte man den Sammelbaum einmal komplett machen, auf jeden Fall. Beziehungsweise ihr geht einfach auf den letzten Punkt, falls ihr habt. Und macht das einmal so. So habt ihr das Grundprinzip und habt alles, was ihr benötigt, auf jeden Fall von den wichtigsten Sachen zuerst. Und zwar erhöht ihr das Sammeltempo für alle Ressourcenarten um 25% durch den Talentbaum. So, wir haben hier 30% Gold-Sammelgeschwindigkeit, Stein-Sammelgeschwindigkeit, Proviant und Holz. Jeweils alles 30%. Das ist logisch, dass man das mitnimmt, aber da kommt man auch nicht wirklich drum rum. Es sei denn, ihr macht den Baum nicht. Dann haben wir hier einmal einen Punkt, dass ihr 6% mehr Ressourcen bekommt, wenn ihr vom Sammeln zurückkommt. Natürlich ein immens wichtiger Punkt beim Leveln der Kommandanten, denn dadurch kriegt ihr auch Zusatzressourcen. Dieser Punkt hier ist eher zur Verteidigung, wenn ihr auf der Karte angegriffen werdet. Ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu den restlichen Punkten, die hier drin sind. Das hier würde ich euch empfehlen auch immer mitzunehmen. Das beschleunigt natürlich eure Katapulte bzw. wenn ihr halt sammeln geht. Und dieser Punkt ist auch gar nicht so schlecht, denn hier kriegt ihr 6% Verringerung der Schwerverletzten. Das heißt, wenn ihr angegriffen werdet beim Farmen, dann gehen 6% weniger Schwerverletzte ins Krankenhaus, ins Hospital und müssen geheilt werden. Stattdessen werden sie nur leicht verletzt. Das ist schon ganz gut. So, und dann haben wir natürlich immer noch ein paar Punkte übrig. In der Regel reicht das, wenn ihr das habt. Level 40, den kann man dann hochbringen und dann den Baum fertig machen. Diese beiden Punkte sind zum Verteidigen und für den Angriff, die sind nicht wirklich zu gebrauchen. Wenn ihr Punkte darüber hinaus frei habt, dann empfehle ich euch eher, hier in diese Richtung zu gehen, zur Unterstützung. Denn hier haben wir Marschtempo, 3%. Das macht euch natürlich immer alles schneller. Wir haben hier, wir kennen das vielleicht schon von anderen Talentbäumen, wenn wir etwas verlassen, ein Bauwerk verlassen, dann haben wir ein Marschtempo von bis zu 60%. Das heißt, wenn wir jetzt nach Hause laufen, weil wir angegriffen werden, dann können wir diesen Punkt hier nehmen und haben einfach einen 60%igen Marschtempo für 10 Sekunden. Damit könnt ihr den Gegner leider weglaufen, wenn es denn noch möglich ist. Gleichzeitig würde ich diesen Punkt hier nehmen, der stärkt die Gesundheit eurer Katapulte. So, damit haltet ihr auf jeden Fall ein bisschen länger durch. Zusätzlich würde ich dann noch hier hingehen, denn hier habt ihr ebenfalls nochmal ein Marschtempo von 6%. So weit entfernt ist das ja auch gar nicht. Und wenn wir dann immer noch Punkte übrig haben, können wir uns überlegen, ob wir hier auf Eingliederung gehen. Wir haben hier noch einmal den Punkt mit Marschtempo. Dann können wir um 9% können wir das nochmal erhöhen. Das mache ich meistens, wenn überhaupt. Ich habe aber kaum ein Kommandant überhaupt so hoch, muss ich sagen. Ansonsten gibt es hier auch noch den Punkt, dass die Belagerungseinheiten eine Verteidigung von 15% bekommen. Wenn sie unter 50% der Stärke sind, kann man in der Regel auch mitnehmen. Da muss man sich dann nicht überlegen. Ansonsten gibt es auch noch die Alternative, hier rauf zu gehen bzw. den erlittenen Fähigkeitsschaden zu verringern. Ja, muss man überlegen, wie man es macht. Ich habe jetzt noch einen Punkt übrig. Den packen wir hier hin. Bei Gaius, der hat ja einen anderen Talentbaum. Da kann man, ja hier gibt es auch nicht so viele Sachen, wo man eigentlich hingehen kann. Ich nehme dann meistens hier die Truppenkapazität noch mit, dass die erhöht wird. Ansonsten war es das aber eigentlich auch schon. Man kann vielleicht hier noch diesen Punkt mitnehmen. Vor allem hat er den erlittenen Fähigkeitsschaden. Ja, aber wie gesagt, ihr solltet die Kommandanten eh nicht auf Max bringen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Wenn man Kommandanten auf Level 40 hat, hat man in der Regel nur soweit die Möglichkeit, den Talentbaum zu machen. Und zwar bis zu der Sammelgeschwindigkeit. Das würde ich auch bevorzugen zu dem hier. Aber das wäre dann der nächste Punkt, den ich auswählen würde hier. Und mehr muss man nicht machen. Man kann natürlich erstmal gucken, dass man die auf 60 bringt oder höher bringt. Aber gerade bei legendären Goldsterne zu verschwenden, das muss in der Regel nicht sein. Jetzt komme ich noch zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Und zwar die Ausrüstung der Kommandanten. Und zwar haben wir hier zwei Sets, die wir schmieden können. Die sind auch ziemlich günstig, wie wir sehen können. Und zwar haben wir einmal dieses Set hier. Das Set des Erntes. Und zwar jedes Rüstungsteil, was wir schmieden, kostet euch diese Tierknochen. Diese Tierknochen braucht ihr für nichts anderes. Für kein anderes Ausrüstungsstück, außer für Sammler. Und die bringen euch nochmal zusätzliche Sammelgeschwindigkeit. Pro Stück sind das 5%. Ich empfehle euch wirklich jeden eurer Sammler damit auszurüsten. Schmiedet aber dadurch nicht extra gezielt diese Tierknochen. Denn ihr kriegt die mit der Zeit eigentlich so oder so. Dieses Set gibt euch eine Sammelgeschwindigkeit von 10% nochmal zusätzlich, wenn ihr zwei Teile habt. Und wenn ihr vier Teile habt, habt ihr eine erhöhte Traglast. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe mit diesen Teilen einige meiner Kommandanten ausgerüstet. Leider auch noch nicht alle. Das wird aber in der Zukunft kommen. Also alle vier Teile hier schmieden. Schwieriger sieht es dann aus bei diesem Set hier. Set des Waldwächters. Dieses Set kann man sich teilweise, glaube ich, beim ersten Mal, wo man diese Schmiede bekommt, kann man sich ein Paket kaufen, wo alle vier Teile zusammen sind. Ich muss leider gestehen, ich habe das Set, glaube ich, noch gar nicht zusammen. Ne, habe ich nämlich nicht. Da fehlen mir hier nämlich noch von der Maske ein paar. Ich habe mir das Pack auch nicht gekauft. Hier haben wir eine Sammelgeschwindigkeit von 10%, 8%, 8% und 6%, wenn wir die vier Teile haben. Und dann nochmal eine Traglast von 20%. Und wenn wir vier Teile haben, erhalten beim Sammeln extra Ressourcen von 5%. Die können wir nochmal oben drauf packen auf unsere Kommandanten. Wenn ihr natürlich die Ressourcen dafür habt und die Teile, dann sollte jeder eurer Kommandanten diese vier Teile haben. Plus nochmal zwei von diesen hier. Da haben wir hier die Maske. Das ist der Kopf. Das heißt, das hier fällt weg. Dann haben wir die Brust. Da fällt das hier auch mit weg. Das heißt, wir haben noch Schuhe und Hose übrig, die wir dann noch verwenden können. Und dann nochmal eine Sammelgeschwindigkeit von 10% bekommen. Das sieht dann in etwa so aus. Wie gesagt, den Kopf muss ich noch austauschen. Das sagte ich ja. Und bestenfalls habt ihr natürlich jedes Teil, was ihr da bekommt, mit einer Fähigkeit drauf. Dort wählt ihr den Punkt Eingliederung. Weil Sammler haben zu 99% eigentlich den Punkt Eingliederung. Das heißt zu 99% eher zum Beispiel Führung. Da sollte man dann auch Führung auswählen. Also Gaius. Und ich glaube, ich hatte eben noch jemanden gesehen. Also ich glaube, ihr habt Führung, Eingliederung und das war es eigentlich. Ja, so sieht es aus. Na, dann wählt ihr dort Eingliederung aus und fertig aus. Und schaut immer halt, wie gesagt, dass ihr die 4 Lila-Teile bekommt, um die extra Ressourcen zu bekommen. Und diese zwei Teile hier ebenfalls, um das Sammeltempo nochmal zu erhöhen. So, und dann gibt es natürlich auch noch Schmuck für die Sammler. Da haben wir hier einmal Anhänger des Baden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Anhänger noch nirgendwo gesehen. Ähm, hier steht, dass es den beim Abschluss von Kreuzretai-Erfolgen gibt im KVK. Ähm, wo wäre die Frage? Ich habe alles durchgeschaut und habe es nirgendwo gefunden. Ähm, ich kann mir nicht erklären, wo es diese geben soll. Wenn ihr das finden solltet oder sowas, könnt ihr das ja gerne in den Kommentaren mal schreiben. So, dann haben wir noch Peter Sichel und das bekommt man im Verlorenen Canyon Shop. Genau. Und zwar ist das ziemlich neu dazugefügt worden. Ähm, sehen wir hier einmal. Allerdings muss man sich halt überlegen, das sind 80 Materialien in Episch, die er da braucht. Ob sich das lohnt? Boah. Also, wenn ihr alles fertig habt, dann lohnt sich das bestimmt. Aber erst einmal sollte man, glaube ich, gucken, dass man eine Ausrüstung generell zusammenbekommt. Dort. Ähm, obwohl das, die Blaupause würde ich mir jedes KVK mitnehmen. Warum nicht? Ja. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon. Ich glaube, hier gibt es nichts davon, was man gebrauchen kann. Goldene Teile für Farmer zu machen. Das ist hier kein Farmville. Das ist immer noch Rise of Kingdoms. Ähm, von daher macht das nicht so wirklich viel Sinn. Truppenkapazität, dass man mehr Truppen mitnimmt, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. So. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war sehr lehrreich, das Video jetzt wieder für euch. Und, ähm, ja. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.